Ich bin Invincibles! Ja, das führt mich eigentlich direkt schon zu dem, was ich sagen möchte, ihr habt nämlich, denke ich mal, schon das Video von Niklas gesehen und ich muss ihm da, es war erstens keine Überraschung für mich, dass er das einfach mal verkündet hat und ich muss ihm da eigentlich auch zustimmen, weil ich weiß noch, es ist nicht allzu lange her, wo wir unser Kanalvorstellungsvideo hochgeladen haben, wo ich gesagt habe, ja, Black Ops 2 macht mir Spaß, scheiß drauf, was ist das? Ich muss die anderen sagen, das Spiel ist geil, damals war es vielleicht noch geil, weil ich noch Playstation gespielt habe und ja, da gab es den Lack nicht so extrem und vor allem waren die Leute da nicht so gut, also es gibt Playstation-Gameplays, wo ich abgegangen bin wie Schmitz-Katze und jetzt auf dem PC umgestiegen, die Verbindung ist gut und manche Server sind kacke, aber vor allem sind die PC-Spieler so gut. Als Neueinsteiger bei Black Ops 2 auf dem PC hinkt man da total hinterher und es ist echt, boah, es ist Wahnsinn und vor allem auf dem PC sind gerade noch so die Kackleute unterwegs mit so einem Einsatzschild, denen sie in den Boden rammen und dann mit dieser Tampon-Shotgun und boah, also, das klingt jetzt vielleicht wie nachgemacht oder so, aber eigentlich sind wir alle aus dem Klan uns einig, dass Black Ops 2 für den Arsch ist und ich kann mich Activision auch mal lecken, weil es ist... Also, im Moment finde ich Public gar nicht spielbar, außer für Leute suchen und zerstören und selbst da geht es mir auf den Sack. Ich habe es letztens gespielt, meine KD ist um 0,3 gesunken in weniger als einer Stunde und ich habe eine 0,94er KD für alle, die es interessiert und ja, es ist schon ein widerlicher Scheißdreck und... Also, Zock macht generell, finde ich, sowieso nur Spaß, wenn man es in einer Gruppe macht und man sollte es echt nicht übermäßig machen, gerade so. Ich finde Black Ops 2 ist ein überbewertetes Spiel, es geht mir total auf den Geist im Moment und es ist eigentlich wie so, äh, ähnlich wie ein Burnout, weil du kannst einfach nicht mehr und du hast auch keine Lust mehr da drauf. Äh, mit anderen Spielen ist es so ähnlich, also in Metal of Honor kann man total in die Tonne kloppen, ich finde Battlefield 3 macht eine Runde Spaß und ansonsten... Ja, ist einfach dieser Spaßfaktor weg, finde ich. Das kann man in Gruppe spielen, also... Wenn dann... Also, ich habe meinen neuen PC, das ist ein geniales Aggregat, nur ich habe keinen Spielspaß mehr an den Spielen im Moment. Und, ja, also, ich widme mich wie Niklas jetzt auch mehr dem Bodybuilding, wir gehen ja ins gleiche Studio und ich mache wieder mehr Musik, ich mache Muay Thai, MMA, diesen ganzen Kampfsport-Scheiß wieder und spiele wieder Tennis und genau. Also, das ist... Keine Ahnung. Wie soll ich euch das sagen? Ah, mein Handy hat gerade gepiepst. Naja, gut. Also, ihr solltet jetzt gar nicht denken, dass wir uns jetzt von YouTube verabschieden oder so, das soll nämlich erstmal das Thema sein, wie geht es mit dem Kanal an sich weiter. Ja, also ihr braucht keine Angst haben, dass wir irgendwie aussteigen oder so, das passiert nicht. Ähm, also ihr wisst ja, Chris und Niklas machen nächstes Jahr ein Auslandsjahr, die sind in USA, die sind weg. Äh, die sind nicht weg, aber, ähm, die sind halt in den USA, aber sie nehmen ihren PC mit und sie haben da Internets, also sie können produzieren, nur haben vielleicht nicht so die guten Voraussetzungen wie ich hier in Good Old Germany. Ist aber auch egal. Ähm, die Sache ist Black Ops 2 Public, ich habe keine Lust, mit meiner KD weiter zu verranzen, ich habe auch keine Lust, mehr Zeit in das Spiel zu investieren, weil ich habe echt Besseres zu tun. Ich habe eine Familie, ich habe Freunde, ich habe Leute, um die ich mich kümmern muss und, äh, es... Also, Real Life ist unbezahlbar, kann ich euch sagen und, äh, lasst es bitte nicht einfach vorbeiziehen und lasst es auch nicht schleifen, weil ansonsten kommt es komisch und, genau. Also die Sache ist der Black Ops 2 Zombie Modus, den spiele ich ganz gerne mal mit ein paar Kumpels, da kann ich euch vielleicht mal ein paar Gameplays von bringen, ansonsten, wenn ihr Fan irgendwie von Sport spielen seid, kann ich euch mal UFC bringen oder, keine Ahnung, irgendwie was, dass wir mal ein bisschen rumgucken, aber Black Ops 2 hängt mir zum Halse raus und, äh, 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 ich zitiere, ich kriege Krampfadern am Penis, wenn ich das sehe, oder, ja nicht, wenn ich es sehe, aber wenn ich es dauerhaft spielen muss und im Moment kotzt es mich an und wenn sich das mit Call of Duty Ghosts ändert, keine Ahnung, oder ob es sich ändert, keine Ahnung, ist mir auch relativ Latte, also, ich will mir das Spiel sowieso, weil die Investition für ein neues Call of Duty plane ich jedes Jahr ein und, äh, ja, keine Ahnung, wenn es besser wird, warum nicht, aber ich werde bestimmt nicht so viel Zeit in das Game investieren wie Black Ops 2, also ich hatte auf der Playstation zwar nur 24 Stunden Spielzeit, aber auf dem PC sind es inzwischen fast 48 Stunden und, äh, also ich habe mich insgesamt drei Prestiges hochgemacht, also, ein Prestige, also ich bin jetzt fast Level 55 auf dem PC und zwei Prestiges auf der Playstation und, klingt jetzt nicht nach viel, aber für mich ist es vergeudete Zeit, weil, so, damals, als wir angefangen haben, MW 2 zu spielen, da war ich jetzt auch noch auf der Playstation, aber, das hat richtig Bock gemacht, finde ich, und die Community war auch besser, ich finde hier immer, oh, Hurensohn hier, Hurensohn da, du bist doch ein Camper, und, das macht auch auf Dauer auch keinen Spaß, wenn wir mal ehrlich, dann MW 3 war ein schönes Spiel, war schön und gut, Black Ops 1, ja, fand ich eigentlich relativ cool, und, ja, jetzt Black Ops 2, also, am Anfang habe ich das gehypt, aber ich finde, das Spiel ist einfach nur überbewertet und die Firma Activision an sich ein riesen Fail und, äh, das könnt ihr mir gerne mitteilen, was ihr darüber denkt oder ob ihr überhaupt Spielspaß an Black Ops 2 finden könnt im Moment, ich finde Public ist das ein absoluter No-Go und eigentlich echt widerlich, und was ich euch nahelegen kann, ist, dass ihr ein kostbares Real Life habt und, ähm, investiert bitte nicht allzu viel Zeit an den Monitor, schon gar nicht, wenn ihr alleine da sitzt und lasst es bitte nicht zu so einem Suchtfaktor werden, das kann teilweise genauso schlimm sein wie Alk oder irgendwelche anderen Drogen, ähm, zum Glück kenne ich keine, die so abhängig sind, oder zum Glück war ich nie davon betroffen, aber, wenn ihr keinen regelmäßigen Sport macht, geht Kampfsport machen, geht Bodybuilding machen, geht Fußball spielen, macht irgendwas, was euch Bock macht, sucht euch irgendeinen Verein, und, ja, chillt da euer Leben, oder, keine Ahnung, geht mit Freunden raus, äh, widmet euch ein bisschen dem weiblichen Geschlecht, wenn ihr Männer seid, wenn ihr Weibchen seid, andersrum, und, ähm, ja, soweit eigentlich zu dem Thema, ne. Also, wie geht's weiter, äh, wahrscheinlich Zombies, ein paar Black Ops 2 Gameplays hab ich ja noch, Themen, also, bin ja eigentlich immer selber recht kreativ, irgendwie geistert immer so eine blöde Idee in meinem Hinterkopf rum, und, wenn ich nicht völlig verplant bin, dann komm ich von der Arbeit zurück im Moment, und dann kommentier ich ein bisschen und hebe mir die Videos wie ein paar andere Tage auf, und, genau so ist das, und, ja, zocken, man sich, macht manchmal Bock, aber auf Dauer finde ich nicht, gerade wenn man eine Gruppe hat, dann sitzt man sich hin, wenn man den Abend nicht gerade die Familie oder die Freundin zu Hause hat, und, ja, kann man sich ein bisschen Teamspeak setzen, kann man ein bisschen babbeln, kann ein paar Witze machen, und vielleicht läuft's auch mal ganz gut, und wenn nicht, dann chillt man sich halt nur in der Teamspeak-Party und labert ein bisschen, oder man trifft sich direkt und macht eine kleine Lahn, oder so, Lahn auch nicht allzu oft, weil der dann noch mehr durchhängt, als wenn ihr feiern wart, finde ich, und, oh, also, das muss ich mir auch nicht jedes Mal geben, oder jeden Tag, oder maximal einmal im Monat, was auch schon zu oft ist, wir hatten jetzt März und Mai eine Lahn, und, also, eigentlich hab ich ausgesorgt für das Jahr, finde ich, ähm, wie gesagt, ihr habt ein kostbares Real Life, wenn ihr UFC oder irgendwelche anderen Sportspiele wollt, schreibt's mal in die Comments, vielleicht gönne ich mir so ein Spiel für den PC, und, ansonsten, Ideen hab ich bestimmt irgendwelche, oder die anderen auch, und, es freut mich ja, dass die Videos bei der Abonnenten-Special-Woche recht gut ankamen, und, ja, großes Dankeschön noch an Niklas und Chris, oder überhaupt, an alle Leute, die unseren Kanal supporten, auch die anderen aus dem Clan, oder die Leute im Real Life, äh, die uns auch manchmal Anregungen geben, irgendwas zu machen, und, ja, äh, das ist jetzt, glaub ich, die Verlängerungsrunde, genau, also, ich kann euch sagen, das Gameplay verliert ihr am Ende, und, ich hab riesig gefehlt in dem Gameplay, und, sagt uns bitte mal Bescheid, ob ihr Bock weiterhin auf das Spiel habt, oder nicht, bei mir ist es wahrlich vorbei, und, es gibt wirklich andere Sachen im Leben, und, ich verabschiede mich für heute, lasst bitte einen Kommentar und eine Bewertung da, bis zum nächsten Mal, und, ciao!